Die Weltbevölkerung wächst langsamer. 2020 sei die Wachstumsrate erstmals seit 1950 auf unter 1% gesunken. Dies halten die Vereinten Nationen anlässlich des Weltbevölkerungstages mit. UN-Vertreter sehen darin Chancen für Entwicklungsländer. Kleinere Familien bedeuteten bessere Bildungschancen für Kinder. Es wird erwartet, dass im November 8 Mrd. Menschen auf der Erde leben werden. Prognostiziert wird auch, dass im nächsten Jahr Indien China als bevölkerungsreichstes Land ablösen wird.